Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, der 24-Stunden-Stream Sterzi-Klan Part 2 ist live, Link ist in der Beschreibung. Wir sammeln Spenden für die Deutschen Depressionshilfe und den Krisen-Chat. Es wird ein Fest. Greift tief in den Geldbeutel. Ich zeige euch kurz, was wir einmal hier vorbereitet haben. Wir sind sogar schon live. Kommt mal mit rein hier. Hier ist Niki. Niki hat hier ihren wunderbaren Platz, wo die Regie und alles steht. Wir haben hier die Gaming-Stations. Wir haben eine Kaffeemaschine. Einfach mal alles zeigen, Anna. Es ist der Wahnsinn. Hier oben eine Kamera. Da läuft der Stream sogar schon. Wir haben ja alles vorbereitet. Hier auch jeweils einen Platz. Wir haben hier ein Sofa. Wir haben hier hier. Hier. Gerns, ja. Es ist alles am Start. Und dann haben wir noch eine Küchen-Camp. Genau, eine Disco-Kugel. Ist das geil oder ist das geil? Es ist auf jeden Fall alles am Start. Wir haben alle gute Laune. Wir haben richtig lange gehasstet. Gestern Abend noch bis 0 Uhr. Es wird richtig lit. Wir haben ultra viel eingekauft. Das alles gibt es im Stream zu sehen. Unten in der Beschreibung kommt rein. Niki und jetzt sagst du noch was. Abonniert auch Sterzi-Klan. Ja, okay. So, und jetzt kommt da bitte rein. Ansonsten bin ich richtig sauer. Dankeschön. Tschüss.